Einfacher so, einfach nur mit W. so Wer? Oh, neist ja... ...manten... ...deus die Ams... ...deus die Ams... Äh, so... ...da, da, da... ...du und... ...du, so... ...was du auch machen könntest, ist... ...dass wir... ...dass du nicht aufnimmst... ...und dann dass du deine... ...Minecraft... ...dass du Minecraft... ...und dann den nächsten zeigst, was du gemacht hast... ...und so... ...nö, warum sollte ich das denn machen? Keine, weil die... ...nö, ne, ne, bei der es so viel geiler, ne? Ja, ne, ne, weil das sonst, äh, ich dachte, das ist sonst zu viel... ... mit dem weißem Folgen, die wir haben... ...äh, denn da dauert das halt bis Sommer, bis sie veröffentlicht sind... ...ist das so. ...jetzt... ...donats? Ja? wollen wir mal pennen gehen es regnet und ist nacht da und ich von kennel fragen ob ihr ihn noch gemütet hat ja lange weiterhin so negativ gelaunt oder so stund redet ja ich höre nichts aber war denn wohl kette was wenn ich stones schreibt er redet aber trotzdem so er hat ein wird zu viel getrunken das eine war da getrunken hat war wohl sein auch sein einziges das war schon wieder mit der grünen wolle das aber kacke da ist eine wiedermals das ist ja nicht wieder mal als trainer jonas du trinkst das doch gerne oder nicht wieder mal hierzu gedacht für mich zu beschlossen ja wieder mal sofort er lieblicks trinken alles klar ich mache meine neue doppelkiste wenn du wenn du fleisch brauchst kannst sie vermehren und ihr dann kuh oder ein schwein oder schlachten ja ja ich habe büner bitte noch nicht da haben wir erst drei stück und alles klar ich weiß nicht was das heißt aber ich weiß es auch nicht sein wer von uns hat denn spanisch ich war das ne ist trivier das gleiche sagen hat wer kann ich auch noch ja der auch zwei jahre es waren hier französisch ja hier fünf jahre ah fuck die bitch da habe ich jetzt mal hat jemand von euch noch kochen ich habe drei vier fünf sechs sieben acht in 13 was jetzt aber noch nicht was bietest du mir für hast zwei stecks granit an eine gute frage was würde ich denn holz hier stecks ich glaube nicht dass er leider einverstanden sein wird das war unser letzter wieder auch ach so ich weiß nicht ob ich noch weiß von gestern es war ja gestern war das gespielt und alles aber die schuld ist mir noch vier mal 64 holz ja das war sie noch jonas alles klar ja ich hatte dich nicht gemütet ja ich dich auch nicht echt ja oh man sind wir nicht nur schauspieler aber war tatsächlich angenehm mal ein paar minuten nichts von dir zu hören ja war ich leise recht nicht immer dieses langweilige ton von keller er suche ich gar nicht doch so redest du die ganze zeit ich bin doch gerade nicht oder ja müsste so umkommen müsste in meinen truen liegen da könnte auch besser um ja besser besser als andere ich habe bei der wahl diamanten gefunden sagst du mir gehört die werden dich nicht gemütet ja sieboku habe ich schon vergessen ja und schlimm genug ich muss mal ganz kurz sagen das ist voll die todesfalle hier wenn das wasser nicht bist du tot ja wenn du da einfach stumpf runter fällt dann triffst du das darf sich halt im flug nicht auch bewegen ich habe dich getroffen aber noch zweieinhalb herzen ah dann hast du den keller gemacht dann hast du den keller gemacht da kann ich auch nichts für ich würde nicht durch den tiff kommen was habe ich denn gemacht bei mir das wasserloch nie getroffen ach so ja ok ich habe aus den radschaft von gestern befolgt und mein druckplatten weggenommen vom haus haben wir gehört ja wir haben dich nicht gemütet wir wissen dass die nicht gegen zombies und so halten da haben wir sogar noch immer geredet alle zusammen das aber gesagt dass ich da die druckplatten jetzt weg genommen ja du hast das schalter hingesetzt haben wir mess gekriegt ja das weiß ich auch die schafe fressen wir zu schnell das ganze gras ist hier fast wieder weg ja dann gehen wir erstmal bei dem zweiten projekt bei meinst du deine villa nein das ist mein hauptprojekt so dass mein hühner stall ich dachte jetzt ja ist geheim er wollte ich kurz sagen aber dann fiel mir ein das ist nicht damit du ordentlich pfeile machen kannst oder wieso damit ich was zu fressen hab das ist zu dumm ja ich habe ein kleines ne das ist zu dumm ja ich will eine vollautomatische hühnerfarm haben ja so wie du die schon mal hattest auf den server vollautomatische hühnerfarm die geht denn sowas ja ich glaube ja mit äh dass die eier automatisch in dispenser gekloppt werden ah ok und äh mit automatischen hühnerschlachten und wie werden die dann automatisch geschlachtet die eier schmeißt du irgendwo anders gegen dann spawnen der küken und die werden dann äh getötet aber du musst doch warten dass die rufen ja das hühner schlachten das soll per schalter passieren dass ich einen schalter drücke und dass die dann geschlachtet werden ich werde da geschoben bitte irgendwie lava frei oder hier irgendwie wirst du dann sehen wenn es fertig ist wahrscheinlich damage drängt oder so nö was für brennen ne nein dann sind sie hier direkt geboren ne pähääää echt was machst du für mich eigentlich immer wenn du hier mit e Nein, das ist, äh, under construction. Ja, wenn ich mit dir rede, möchte ich diese... Ja, ja, klar, aber... Ja, mit normalem Feuer geht aber schlecht, weil der noch die ganze Stuff verbrennt, wenn das da drin landet. Ja, außer... Ey, Unas, komm nochmal zurück. Ja. So, ich hab mein Hose ausgezogen. Du wartest jetzt, bis der Band rum rausguckt und dann frische Luft schnimmt. Jetzt ziehst du den raus, ja? Ja. Okay. Fass, finde ich. Oder ist das beabsichtigt, diese Bulgarität, oder? Kennst du, äh, das ist bei Big Bang, wo... Ratschmilk, äh, äh, wie heißt sie? Pennypen. I die, I die, I die. Und wenn Penny denn sagt, ist es nicht das, wonach es aussieht, dann guckt er darauf, dass es... Toll. Hast du, äh, ne Miene gefunden? Nein, spinn. Hattest du keine Rüstung? Korrekt. Guck mal, bei Hardware ist es kein Bild. Äh, Neil. Ja, hier ist einer. Ich hab eine Bitte an dich. Ja. Rützeln und die Romine runtergehst. Und meine Sachen holen. Fag jemand an, dass ich bin hier grad, äh, am Bauern, der Bremerling. Dafür kriegst du ein zusätzliches Deck-Hoport. Und dann in deine Wiese... Wieso savest du den Scheiß nicht selber? Weil ich zurücklaufen muss, um Spawn. Wieso, es hat dein Bett nicht funktioniert? Oh, ich hab doch ein Travel-Bad. Ja. Und gleich wieder abgebaut. Ja. Ha, 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 ha. Oh, Mann, Klee. Ich hab keine Ahnung, ob ich das finde, das Zeug. Ja, klar. Das ist nicht so schön. Du musst einfach in die Mine runter. Und der den Gang ganz lange geradeaus geht, so ungefähr. Nein, nein, nein. Nee, geh einfach erst dir die Mine runter. Sag, du schreibst, wenn du unten bist nochmals. Ja, ja. Ich leere dein Inventar vorher. Alles? Schatz, hast du alles voll, oder was? Naja, nicht so ganz voll, aber... Ja, egal. Nimm das Wichtigste. Nimm das Wichtigste, nehme ich aber mit. Ja, nimm das Wichtigste mit Dias und meine Dias-Schwerden und so. Bitte. Ja, da hast du ja mal FIFI-FER mal gewonnen, aber wenn ich geguckt habe, stand es 0-0. Hm, ja, meistens. Ich hab mit Juve, äh, gespielt. Ging ganz gut. Jürgen hat sich ziemlich aufgewegt. Warum? Ja, weil Juve einfach defensiv Macht Nummer 1 ist. Also du meinst die Mine unter Elkjahs Haus wahrscheinlich, ne? Ja, die haben, ist ja für Elkjah und mich. Und für mich. Nein. Dann gehst du jetzt unten. Und dann gehst du in den ersten Gang links. Und dann gleich wieder links. Oh, es wird schon wieder dunkel. Weißt du, wo ich meine, Jonas? Ja, ja, links und dann links. Und dann einfach die ganze Zeit geradeaus wahrscheinlich, oder? Ja, dann die ganze Zeit geradeaus, und dann kommst du an so einen Höhlenausgang und dann da liegen wir jetzt am Tisch. Dann kamen nicht zwei Spinn auf, und dann haben mich weggemorscht. Das gibt's so nählich. Und dann sagten die Sporn nicht mehr, wir haben zweites Mal stirbt, oder? Nö. Ah, nice, gut. Weil... Eigentlich. Wie man sich denken kann, wäre es wahrscheinlich gleich sterben. Ah, da liegt schon eine Erfahrungspunkte. Ja. War noch nicht so... I think, also... I think you were is by that. Ist aber nicht so safe, bis genau in den Lava ist gestorben. Nö, ich war in Lava ziemlich ernähren, ich weiß. Dann die Erschwetter, oder vier, 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 überlebt, oder sechs, die aus, auch? Ja, okay, das Wichtigste. Ja, muss noch ein bisschen Eisen und Cola. Ja, 42 Eisen, 64 Cola. Oder nee? Wer noch? Ja, kommt so. Ich hab alles. Ähm, ja. Ein Emerald. Ein Emerald, genau. Ein bisschen Redstone. Oma Emerald. Ja, nice. Paxes Minenausgang da in die Dengsen-Truhe. Dauer kann ich machen. Nice, nice. Du bist ganz normal. Ja. Das ist korrekt. Wir können ja nicht pennen gehen, weil Don Babu gestorben ist. Richtig. Mal wieder. Ich tipps immer, wenn Nacht wird. Das ist echt unglaublich, ne? Aber bisher hab ich noch keinen Schaden mitgekriegt. Oh, ne, der hat mir direkt vier Herzen weggemacht, oder wat? Der hat richtig Damage gemacht. Fühlt. 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 Ist da der jetzt lebend wieder Erass. ich weiß ja nicht was das war also was hast du nicht das hat für schaden beim eisenschwert passt glaube ich nicht alles in die truhe rein hast du deine erste sachen wieder rausgenommen ja als ich deine sachen reinpacken musste dann packt den cobblestone nicht rein und sowas also was jetzt nicht reinpasst ist eine stone hole cobblestone 1 deck 22 andere sieht und zwei pfeile als wenn ich sehr wichtig der rest ist in der tour vor der miene ein problem wenn jonas 1 der kreuz kriegt dann macht er das gerne steck brauche ich nicht ich habe noch vier von dir also das habe ich umsonst gemacht aber der scheiß zu mir hat meine eisenschaufen ich wollte eigentlich nehmen dann kommt euch dir helfen okay ich habe alles ich verziehe mich hier wieder da läuft auch die ganze armada hinter dir wieder her das ist mir egal ich habe mal zu flucht bei euch jetzt bei mir einspringen was hier denn passiert hat er meine holztür kaputt gemacht ja ich weiß ich muss gleich eine kirche zu flucht suchen ich glaube der zombie hat etwas gedroppt was die gehört oder das hier und das hier ja das hier was mit die lederhose eigentlich nicht was so ja das hat der zombie alles gedroppt lederhose was machst du dafür keine spiele wo ist dein bett und dann krieg ich die jonas hat hier jemand vorne irgendwie mal was gesprengt was hochgejagt hier ist was kaputt gegangen ich weiß nicht ich weiß auch nicht aber nie jetzt ein fluss ich muss es machen please fixe wir können dann gleich ins Bett gehen ich bin nicht unter auch ein Eck hier wollt ihr ins Bett gehen leute ja ok dann geh schnell in mein haus nicht schlagen ich bin gleich tot ja ich kann auch nicht mehr spritten wer hat denn die tür zu meinem haus aufgelassen ich hab drei stacks für dich ok ok falsche richtung ich liege im Bett by the way ich muss noch zu meinem haus kriechen au hey lasst du dich eigentlich gesehen mit den pinguinen ja hab ich gesehen auf jeden Fall ist doch lustig ach ja ja bestimmt ja ich liege auch nein monster sind der Ball wo ist das spinne in meinem in meiner kirche hat sie nicht unter geholt da wer und was für mich hier nerven gibt auf die fresse oh gott oh gott oh gott ein creeper kann es sein dass man in diesem spielplatz grad mega schnell hunger kriegt ja ja könnte sein richtig also hab ich wieder die schwierigkeit umgestellt Eck hier ja ist eigentlich müsste das jetzt hab ich 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 ich